Ein Glas nach dem anderen, glühend heiß. Die Maschinen bei Doralex stehen nicht still, werden rund um die Uhr mit Gas befeuert. Clarisse Ardy wacht über den Ofen in dem französischen Traditionsunternehmen, das diesen Winter zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Zwangspause einlegen muss. Das kam für uns alle überraschend und verunsichert uns natürlich. Wir können keine Gläser, keine Artikel mehr herstellen, aber bei den hohen Energiepreisen bleibt uns keine Wahl. Die Ausgaben für Energie sind von drei auf 13 Millionen Euro gestiegen, machen inzwischen etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Von der Ofenmeisterin erfahre ich, dass die Firma bereits den Verbrauch runtergefahren hat, doch die Maßnahmen reichen nicht. Spätestens wenn man hier steht und diese enorme Hitze hautnah miterlebt, wird klar, wie viel Energie hier benötigt wird und das rund um die Uhr. Kosten, die sich das Unternehmen nicht mehr leisten kann und deshalb stehen diese Bänder ab November still. Von 90 Millionen Gläsern im Jahr mit einem Mal auf Null. Nur der Schmelzofen an sich bleibt dann noch in Betrieb, bei einer Temperatur von 1300 Grad. Die Masse ist zu groß, die sich im Ofen befindet. Wenn wir ihn komplett abschalten, verfestigt sie sich, was den Tod des Ofens und der Fabrik bedeuten würde. Also müssen wir ihn auf einer Minimaltemperatur halten. Doch dafür wird längst nicht die komplette Belegschaft gebraucht. Zilan Chosson und die meisten seiner 250 Kollegen werden im Winter pausieren müssen und weniger Gehalt bekommen. Kursarbeit bis Anfang April. Wir haben unsere Häuser, unsere Familien. Das Problem ist, dass wir nur 95 Prozent unseres Gehalts bekommen. Gleichzeitig wird das Leben teurer. Der Sprit, alles andere. Und die 5 Prozent Gehalt, die fehlen, das wird sich bei mir und meinen Kollegen schon auswirken. Duralex. Das Werk in der Nähe von Orléans ist kein Einzelfall. Glashersteller, Stahlwerke, Papier- und Aluminiumfabriken. Im ganzen Land müssen Betriebe ebenfalls ihre Produktion drosseln. Dabei befindet sich Frankreichs Industrie ohnehin schon im Sinkflug. Durch Abwanderung, Pleiten, verpasste Innovation. Und so wächst die Angst um die Arbeitsplätze. Mitte Oktober, Generalstreik und Demos, landesweit. In Orléans reihen sich Angestellte von Duralex in den Protestzug ein. Sie wollen ein Zeichen setzen. Besser wäre es, uns weiter voll zu bezahlen. Denn für den Anstieg der Energiepreise sind nicht wir Arbeiter verantwortlich. Trotzdem leiden besonders wir darunter. Ich arbeite seit 20 Jahren für Duralex. Es hat seitdem kaum Gehaltserhöhungen gegeben. Jetzt ist der Moment, unsere Unzufriedenheit zu zeigen. Sie fordern, Firmenchefs und Aktionäre mehr in die Pflicht zu nehmen. Dass der Staat immer mehr öffentliches Geld in die Unternehmen steckt, erst in der Corona und nun in der Energiekrise, sehen sie mit Skepsis. Denn die Arbeiter würden davon nicht profitieren. Und eines Tages wird Macron sagen, die Schulden sind zu hoch. Es geht nicht so weiter. Wir müssen bei den Sozialleistungen kürzen. Die Rentenreform ist unumgänglich. Das ist die Logik der Regierung, der Weg, auf dem wir uns befinden. Sie helfen den Reichen, immer reicher zu werden. Und wir, die den Reichtum erarbeiten, werden immer ärmer. Deshalb nennen wir Gewerkschaftler Macron auch Präsident der Reichen, der Ultra-Reichen sogar. Die Proteste häufen sich seit Herbstbeginn überall im Land. Und sie werden mehr und mehr zum Stresstest für die Regierung. Dabei kann man ihr nicht vorwerfen, in der Energiekrise tatenlos zu sein. Seit Monaten sind die Strom- und Gaspreise gedeckelt. Und doch bleibt Macron unpopulär. Das sieht man an den Streiks in den Raffinerien. Das sieht man an den Demos gegen die anstehenden Sozialreformen. Und vor allem gegen die steigenden Kosten. Viele Französinnen und Franzosen haben Sorge, im Alltag einfach nicht mehr über die Runden zu kommen. Zwar hat Frankreich mit 6 Prozent eine der niedrigsten Inflationsraten in Europa. Doch die Menschen verdienen im Durchschnitt auch weniger als etwa die deutschen Nachbarn. Wir verlassen Orléans und fahren aufs Land. Ein Dorf, 700 Einwohner. In wenigen Stunden schließt die Backstube von Kevin und Soline Rubion. Sie geben auf. Ganz. Ein Baguette, bitte. Viele Stammkunden kommen am Nachmittag vorbei, um sich von dem Wecker zu verabschieden. Sie können die Entscheidung nachvollziehen, wissen, dass sich sein Geschäft kaum noch lohnt. Also dann, schönen Abend euch. Wir arbeiten in der gleichen Branche. Ich weiß, wie schwer das ist. Sind Sie Bäckerin? Nein, Konditorin. In einem größeren Betrieb. Aber uns allen steht das Wasser bis zum Hals. Leider den kleinen noch mehr als den großen. Das Ehepaar müsste Schulden aufnehmen, um den Betrieb weiterzuführen. Ein Risiko, das sie nicht eingehen wollen. Gerade jetzt in unsicheren Zeiten, erzählt er mir. Es sei kaum abzusehen, wie sich die Energiepreise entwickeln. Letztes Jahr haben wir 1200 bis 1400 Euro im Monat bezahlt. Jetzt liegen wir bei 3000, 4000. Das geht einfach nicht. Hinzu kommen die gestiegenen Preise für die Zutaten. Die Kosten können wir nicht auf den Brotpreis umlegen. Die Kunden haben schließlich auch kaum noch was in ihrem Geldbeutel. Und so sorgt sich Kevin Rubion auch um das Handwerk. Er ist bei weitem nicht der Einzige, der dicht machen muss. 9000 Firmen haben allein in diesem Sommer Insolvenz angemeldet, die meisten von ihnen Kleinstunternehmen. Wer wird das Wissen weitergeben? Unser Baguette ist uns heilig in Frankreich. Was soll werden, wenn es nur noch industriell hergestellt wird? Wenn das so weitergeht, wird es das Handwerk und die kleinen Verkäufer bald nicht mehr geben. Eine Entwicklung, die die Menschen auf dem Land hart trifft. Denn mit den kleinen Läden schwinden auch die Jobs. Ich melde mich nun arbeitslos und hoffe, dass ich was anderes finde. So ist es halt. Hier fängt es an. Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Es hat schon seinen Grund, dass im Land so viel gestreikt wird. Alles wird teurer. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber in Frankreich wird es immer katastrophaler. Na, vielleicht kommen wir irgendwann wieder, wenn sie aufhören, uns das Leben so schwer zu machen. Nicht nur hier stellen sie sich auf einen ungemütlichen Winter ein. Und die Sorge wächst, ob und wann sich das Land von seinen Krisen erholen kann. Frankreich bangt um seine Industrie und seine Arbeitsplätze. In Großbritannien fürchtet man sich vor der großen Kälte. Viele Britinnen und Briten frieren. Das Land steckt mitten in einer Energiekrise, vor allem seit dem Ukraine-Krieg, erzählt unser Kollege Andreas Stamm in diesem Video. In Ländern, die den Wohlstand kaum kennen, geht es um das tägliche Überleben, wächst die Angst zu verhungern. Dazu ein Video hier von meiner Kollegin Susanne von Lujewski. Sie war im Südsudan unterwegs, wo die Not immer größer wird. Lust auf noch mehr Filme? Dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.